nervt mich eigentlich nur noch muss das jetzt genau sein ich gehe auf jeden fall mal nicht dran warum hättest du ohne willst normalerweise habe ich immer zwei leute in der aufnahme dabei und mindestens einmal klingelt das telefon echt okay das war bei mir am anfang auch so ich gehe jetzt auch nicht dran kannst du dich jetzt könnte es angela merke dran sein oder angela merke verhalte doch die fresse ja die richter telefonie an die wir mein handy nimmer haben ich gebe dir nicht der hat mir meine hausnummer willst du hier schon mal einen roten boden roten boden ja sagt ich werfe dir da so ein lach hin ich kümmerle mich mal derwein um das dach weil ich will nämlich nur ein eingeschossenes haus bauen dieses etablissement braucht eigentlich nicht mehr man könnte oben eventuell noch immer anbringen aber das ist dann doch ja wie kein kein sm zimmer und 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 die jahre im Keller noch irgend so eine es gibt ja auch hier diesen ich habe diesen es gibt ja auch einen sm-revy dabei der dieses diesen sm-band im Mund hat echt mhm gibt's wirklich oh Gott wieso oh Gott ja gibt's gar nicht so hier ein bisschen Holz an die Decke zu machen wie lange ich einfach nicht nur mein Kopf so gespielt habe und einfach was gebaut habe wobei was denn in der Arbeit habe ich mir gar nicht drauf verraten gerade dieses ja ich baue jetzt hier gerade eine Decke ich bin Erik Range und ähm ja jetzt baue ich hier noch einen Block hin und äh komm mal komm mal hier ein Schwein hallo ich nenne mich jetzt äh Schwein 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 Schweinchen und ja das deshalb deshalb ich weiß nicht deshalb haben wir unser Let's Play Together aufgehört weil ich einfach äh der Meinung bin dass das sowas ziemlich abgepackt ist und langweiligste nach der Zeit ist was es gibt ich hatte selber keinen Bock mehr drauf eigentlich und die Zuschauer ein paar Zuschauer schon noch vielleicht wenn jetzt äh äh andere Kanäle von mir dazu kommt und dieser Kanal hier auf den ihr gerade guckt ähm ähm nur noch als Community Together Kanal wie auch immer betrieben wird dann kommt hier vielleicht wieder Let's Play Together drauf aber vorerst wahrscheinlich nicht ach immer so als bei irgendwo am Rande ok ja 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 solche genau und du hattest auch schon ganz viele andere Gäste ich breche jemand ich unterbreche jemand ne so meine Art immer den Leuten ins Wort zu fallen das macht nichts ja nicht wenn ich gleich zusammengeschrien werde oder sowas ja ich fahr dann zu dir und verprügel dich einfach ähm ja da freu ich mich drauf finde ich auch ein bisschen geil muss ich ehrlich sagen ja man muss ja ganz offen sein ne leider so so mal auf den Arsch hauen und sowas ist schon nicht verkehrt ja ähm ja schon mit mit so einem mit so einem Pummel ne so ein bisschen spanken ja äh krank was hier abgeht würde ich sagen ich seh auch eigentlich jetzt ich seh ich hab auch grad schon eine Thumbnail vor mir wird auf jeden Fall lustig die Leute die jetzt den Thumbnail sehen einfach mal kurz download stoppen drücken und dann guckt euch mal genau den Thumbnail an ihr feiert den auf jeden Fall ok ich bin mir sicher ähm so ja ich hatte schon einige andere Gäste da zum Beispiel Honeyball LP war schon da ähm Bucket.de war da Minecraft 1905 Weißweiß Domseplay war da Domse war auch da ja der war auch da ähm wann war das denn ha wann war das denn ähm das war die vorletzte Aufnahme ach Domse der alte Faggert ja ja den kann ich auch noch ne dem hab ich im Moment nicht mehr so viel zu tun echt ok weil der gute Mann ja sehr beschäftigt ist der ist jetzt hier nicht busy ok der Business Casper gewonnen ja aber Domse ist auch ganz ok doch mit Domse komm ich auch gut klar ja ist auch ne ganz nette hat der denn auch mit aufgenommen? nö 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 aber es ist ja auch keiner gezwungen mit aufzunehmen ich find's immer ganz schön wenn man mit aufnimmt ähm ja weil man seinen Abonnenten dann im Endeffekt auch bisschen Abwechslung mit bieten kann warum mach ich hier eigentlich jetzt Steinboden? deswegen wolltest du auch deinen roten Puffboden hier rein ich ähm ähm roten Wollboden Puffboden also diese Ausdrucksweise ist immer ja Entschuldigung schon äh grenzwertig ne ja es tut mir leid Boilein ich stell mich in die Ecke ja ich will's doch hoffen ja bitte kannst jetzt auch der Rest der Aufnahmen stehen bleiben ok ich stell mich rein nein kein Bock mehr ne arbeite lieber ja wer waren sonst noch da einige Abonnenten haben im Schloss mit eingerichtet Kelturio war mit hier ähm oh Gott ich müsste wirklich mal so eine kleine Zusammenfassung machen wer jetzt eigentlich schon mit hier war hm waren doch schon einige also ihr seht schon einige Leute da gewesen richtig auf jeden Fall ja es ist auch immer ganz cool andere Leute mit dabei zu haben weil ich suche mir ja die Leute eigentlich ähm so ich stürbe auf Kanälen rum und klicke ich mal hier durch ne Abobox oder hier mal durch ne Abobox und schaue dann wie die Leute kommentieren und dann frage ich sie einfach mal hey hast du nicht mehr Bock mit mir aufzunehmen ähm das habe ich in meiner On Tour Folge auch schon gesagt ja ich hab noch so ein kleines Format ich habe einen Audi A1 mit 122 PS mit dem schipper ich dann ab und zu mal durch die Gegend und quatsch dann einfach mal Bullshit beziehungsweise dieses Mal war es eigentlich kein Bullshit da ich mich ein bisschen ausgekotzt habe aber das seht ihr ja in den Folgen dann ähm das habe ich irgendwie total den Faden verloren hier wegen dem verkackten Lied ja ich habe hier im Hintergrund Musik laufen da fängt einfach einer an zu rum rum zu jodeln hier ähm ja das ist dann deine Schuld dann kann ich jetzt leider nichts ändern okay ich bin auch schuld ja natürlich immer damit ich deine Stimme nicht hören muss habe ich jetzt einfach mal Musik reingemacht ne das ist ok ich kann auch eigentlich gehen wenn du was aufs hm wenn dir das irgendwie helfen würde ne 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 bleib mal da ähm ja ich habe jetzt echt keine Peilung wo ich stehen geblieben bin ja das liegt wahrscheinlich am Alter hm wahrscheinlich ja ich wenn ich dir zugehört hätte wüsste ich auch noch was abgehen aber hm nein Spaß so krass natürlich nicht ähm jetzt stelle ich mich wirklich in die Eck und hole dürfte niemals seiner Frau sagen sowas sowas ist immer böse gebt immer direkt Ärger gebt direkt nur Paddel auf den Arsch ja sei denn ihr Wolkos dann müsst ihr sowas sagen ja Männer sind ja allgemein so ähm ist eine gute Kalturio auch jetzt gehts los ähm ich bin ja jetzt gehts los mit dem Kalturio schon fast 5 Jahre zusammen und er ist auch so jemand mit dem wenn er erzählt du musst wirklich zuhören aber wehe du weißt nachher nicht mehr was er erzählt hat aber er ist dann so wenn man fragt so ja hey was willst du heute Abend essen oder wie war es auf Arbeit hin und her ja hm ok ja hm der weiß nach 2-3 Minuten nix mehr ah genau und bei mir habt ihr gerade nicht im Hintergrund Skype gehört das war bestimmt bei euch guck mal bei euch vielleicht habt ihr den Nachricht gefunden ich war das nicht ich hab euch weiter mhm machen wir was für den Beschäftigten ich bin сами beschäftigginn ich bin jetzt bewegt ich bin jetzt quasi busy ja das ist wirklich so ähm jetzt geht diese ewige Männer Frauen Debatte aber es ist tatsächlich so Man darf auch nicht, wenn deine Frau fragt, bin ich zu dick? Dann sagt man am besten gar nichts und geht einfach weg. Dann vermeidet man hier keinen Ärger. Wenn man sagt nein, dann sagst du, warum lügt sie? Und wenn du sagst, ja, dann kriegst du natürlich auf die Fresse. Deine Frau fühlt sich immer zu dick. Das ist einfach so. Und deshalb guckt ihr einfach nur auf den Boden und geht weg. Ihr sagt einfach gar nichts und geht weg. Und wenn ihr da fragt, was soll das? Dann sagst du einfach, ich liebe dich. Das hilft immer. Das ist eine gute Strategie auf jeden Fall. Da kannst du nicht viel falsch machen. Richtig, da gibt es auf jeden Fall keine Füße. Hast du eigentlich eine Freundin? Nee. Bin ja im Moment auch echt froh drüber, weil ich da keinen Bock drauf habe. Ja, aber kenne ich momentan wirklich einige, die sagen, ey, kein Bock drauf. Nö, viel zu stressig. Warum? Es ist Sommer, da kann man da, nö. Ja, wenn die Frauen mit ihren ganzen, wenn sie nicht gerade in Leggings rumrennen, ähm, ja. Wenn sie das, also wenn sie das tragen können, ist es, ey, es ist voll kein Problem. Denn sie haben halt einen Hinterteil von einem Ochsen. Und 400 Kilo, dann finde ich das gar nicht mal so geil. Aber sonst gerne, also, ne, auch auf die Gamescom, wenn die, ich würde gerne eigentlich euch alle Leggings sehen. Auch die Jungs, bestimmt geil. Autsch. Ich glaube, ich überlege mir das mal, ob ich auf die Gamescom gehe. Warum? Ist doch bestimmt schön, so ein paar sexy Boys und Leggings. Ne, also, ja, ne, ich glaube, da sind sämtliche Türen für den Tag auf jeden Fall geschlossen. Ähm, ja, ne, 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 sondern die Vorstellung reicht, ne, raus aus meinem Kopf, raus. Ja, es ist zu spät, jetzt schiebst du Kopf, Kilo. Ja, schweiß, ja. Ne, boah, es geht gar nicht. Ähm, ne, es ist ja momentan wirklich wieder die Zeit, wo die Weibchen zeigen, ähm, was sie haben, ne? Ja, immer so am See, so, wenn sie dann immer den Bikini nur mal zu klein kaufen, das kennt man ja, dieses Phänomen. Irgendwie sind die Bikinis immer zu klein. Ja, das finde ich irgendwie ein bisschen abartig. Ganz ehrlich, ich meine... Ja, kommt immer auf die Frau an, ne? Ja, ich meine... Ja. Könnten die eigentlich auch bodentiefe Fenster machen, fällt mir gerade auch nicht. Ja, wäre fast ein bisschen besser. Oder man macht den Boden noch eins höher. Ne, wir machen das so, so ist schon okay. Ich will die so haben. Dann können die Leute von außen da rein spannen und sich von außerhalb befriedigen, wenn sie das dann möchten. Weil du bestellst keinen Kasten auf, wo sie Geld reinschmeißen können? Ne, das kommt noch. Das kommt noch, okay. Irgendwann. Ja, ich meine, als Frau hat man da momentan auch wirklich Probleme. Ähm, geht mir aus so, du darfst nicht nur ein leicht ausgeschnittenes Oberteil anhaben und schon wird man angegaffst. Es glotzen die ganzen Spastis wieder. Ja, es ist momentan wirklich extrem, sagt man es mal einfach so. Ähm, ich meine, wenn wir... Frauen generell haben, werden nix dagegen haben, wenn... wenn er schauen. Es ist dann wirklich nun unangenehm, wenn sie dann nur im Oberteil hängen bleiben. Das ist dann extrem kacke. Das ist wohl wahr, ja. Ja, das ist wirklich an alle Typen da draußen gucken ja, aber klotzen nein. Ähm, verstehe ich nicht. Warum müssen Männer dann immer so gierig sein? Ja, normal. Guck mal, ich bin jetzt auch gierig. Ich habe extra... Hier kommen zwei Stangen zum Tanzen hin. Weil eine ist ja langweilig. Da können sich direkt hier so zwei Lesben direkt mal, weißt du? Ich will so gut dachten. Wenn jetzt hier direkt beide tanzen, pass auf. Ganz hinten habe ich mir nämlich jetzt das Folgende so überlegt. Ich brauche nämlich erst mal das hier so. Und zwar ist hier einfach mal der VIP-Platz. Okay. Da kann man nämlich dann von hinten drauf geiern, weißt du? Okay, da und jetzt so eine kleine Kabine, wo du direkt einen Lapdance kriegst, baust du nicht rein, oder was? Äh, die kommen oben hin. Da oben kommt, da habe ich mich jetzt doch kurz zu lassen. Da muss man allerdings mit Leitern hoch, weil ich die Treppe nicht eingeplant habe. Und, äh, ja, das ist natürlich dann ziemlich hässlich. Aber es ist ja, ist ja, ist ja nur fiktiv hier, ne? Höh, fiktiv. Mach doch von oben so eine, so eine Feuerwehrleiter runter. Ich meine, das könnte natürlich ein bisschen wehtun, hier an der Holzstange runterzurutschen. Ähm, ja, ich sag nur die armen Mädels, die da oben drunter messen. Das ist mir doch egal. Gebt mir nur meinen Spaß hier, ne? So, dann machen wir hier die Leiter hoch. Genau so sieht es übrigens in Pasha in Köln aus. Genau so. Nicht so, äh, nicht anders. Genau so, hundertprozentig, ja. Als die Leute mal wissen wollten, wie es da aussieht. Da ist alles dreckig und überall kleben komische Sachen auf dem Boden. Im Ernst? Wo man nicht, nein. Das ist echt sauber, wirklich. Also, unten, ich war noch nicht oben. Oben gibt es ja irgendwie noch so die Popetage und unten ist ja dieser Nachtclub. Und der Nachtclub ist eigentlich ganz, ganz okay. Das ist ganz, ganz locker da. Ähm, ist das... Und hier kommen nochmal, hier kommen nochmal so ein paar Bitches hin, hab ich mir gedacht, die dann hier nochmal so... Ist das Pasha nicht, nicht das, wo der eine blonde, langhaarige Typ mit drin ist? Oder verwechsel ich das jetzt grad? Was? Ähm, der Besitzer. Ich glaube, ich verwechsel den grad. Ähm, nee, da kam eine Zeit lang auch mal... Alblasi, ja. Wer ist das? Der Stripter. Echt? Ich will auch hin. Wo? Ähm, nee. Wo hat? Nee. Ja, das sieht nicht schlecht aus, aber mein Geschmack wäre es jetzt nicht ganz. Ähm. Ja. Ja. Ja, wie komme ich aus der Sache jetzt wieder raus? Am besten einfach auf den Boden gucken und was das Beste auszumachen kann. Scheiße, zu hoch. Ähm, nee, ich verwechsel das gerade. Da kam meine Reportage über so einen Bordellbesitzer. Oder was? Bernd Wollerstein. Ja, genau, den meine ich. Bester Mann im ganzen Land. Das ist mein Vorbild. Nein. Aber ich feiere den auf jeden Fall. Nee, da hab ich das wirklich verwechselt. Hier fehlt aber voll die indirekte Beleuchtung noch mit. Ja, mach. Am besten machst du jetzt mal Nacht. Das muss ja alles bei Nacht wirken. Dann machen wir mal Nacht. Naja, okay. Das geht eigentlich schon. Na, warte mal, es wird jetzt noch schlüpfiger. Ich glaube, den Sadomaso-Keller lasse ich diesmal hier raus. Brauche ich normalerweise jedes Mal in meine Häuser ein. Bauen doch rein. Ja, tut mir leid. So. Ich weiß natürlich auch, dass du dich darüber jetzt freuen würdest. Ja, jetzt denkst du, kannst du mal runtergehen und kannst dir mal richtig schön den Arsch versohlen lassen und dann baut er keinen Keller rein. Mann. Das sagt man immer. Ja, Männer erfüllen alle Frauenwünsche von wegen. Ja, gut. Das ist ja immer eine Auslegungssache, ne? Es gibt ja Frauen, die sagen, nee, sowas gar nicht. Und dann gibt's ja wieder Frauen, die sagen ja fast, ja, steck mir deine ganze Faust in den Arsch. Das ist dann auch wieder so. Soll's auch geben, ne? Äh. Ja. Ja. Ja, sagst du jetzt besser gar nichts zu, ne? Nee, also bei mir kommt gar nichts in den Arsch. Mein Arsch bleibt definitiv Jungfrau. Das sagen alle. Ja, ist so. Das sagen alle. Nee, 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 nee. Doch nicht, nein, 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 das sagen alle. Bei mir definitiv nicht. Naja, definitiv nein. Definitiv nein, ja. So, hier kommt eine Theke hin. Guck mal, da hat einer drauf gekotzt. Siehst du das? Das ist gekotzt auf der Theke. Kotz oder was anderes? Ja. Äh, das ist kotzt. Tja. Weil die Noten zuerst nicht waren.